Willkommen in der Compagnia de Telefonia. Wie kann ich Ihnen helfen? Also guten Tag, ich möchte mich bewerben als... Als Telefonistin vermute ich mal. Wie ist denn Ihr Name bitte? Lydia. Lydia? Äh, Lydia Aguilar. Aguilar. Oh wei. Es tut mir leid, aber Sie sind nicht in der engeren Auswahl, wie es aussieht. Welche engere Auswahl? Ich dachte, wir würden uns heute alle erst vorstellen. Bedauere, aber die Zahl der Anfragen war so immens, dass das Unternehmen leider eine Vorauswahl treffen musste. Tja, es tut mir leid, Lydia. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ihr Name ist... Lydia Aguilar. Die Aufnahmeprüfung beginnt um Punkt 12 Uhr. Wer bis daher nicht vor Ort ist, kann an der Prüfung nicht teilnehmen. Wir haben 390 Bewerberinnen für 12 Stellen. Für 12 glückliche Frauen, auf die der beste Arbeitsplatz ihres ganzen Lebens wartet. Also konzentrieren Sie sich. Und nun folgen Sie mir bitte.